Okay, was sagt man im Fehler, Sujud? Sie meint, glaube ich, Sujud-Sahu, ja, Korrektur in der Eröffnung heißt das. Bei der Korrektur in der Eröffnung sagst du die Adhkar, die man auch so sagt im Sujud. Allahu an, wie viele Gelehrte sagen. Du sagst einfach, weil es ein Sujud, dann sagst du den Lekr vom Sujud.